Die Rückgabe hat alles super geklappt. Musste keinen Cent draufzahlen, also alles top. Ja heute war der Rückgabetermin und wir haben anscheinend eine gute Rückgabe gehabt. Die Rückgabe war bisher immer in Billerbeck und es war auch nie ein Problem. Logistisch war das einwandfrei. Man bekommt sehr weit im voraus schon auch einen Termin dafür und es hat mir alles sehr gut gefallen. Zu den Autoabholungen und Rückgaben, alles immer extrem unkompliziert. Ich hatte auch in meiner Zeit einen Unfall mit ASS, bei ASS angerufen. Ganz entspannt, Auto wurde direkt zurückgebracht. Nach drei Tagen hatte ich mein Auto wieder, in der Zwischenzeit hatte ich ein Mietauto. Alles komplett entspannt geregelt, ohne dass ich irgendwas dafür tun musste. 4-2-N-1-10-35-5-4-6-6-6-6-6-6-65-6.